Darf man ein Trikot mit Kreuz tragen? Das ist nicht erlaubt. Ein Trikot mit einem Kreuz zu tragen ist nicht erlaubt. Wenn das wirklich ein Kreuz, ein Salib ist. Das hier, das ist ein Kreuz. Das ist ein Pluszeichen. Das Pluszeichen ist kein Problem. Aber das, was gerade eben ich gezeigt habe, das ist ein Kreuz. Das ist verboten. Das ist ein Kreuz.